Wenn Leute Cannabis in Kombination mit THC nehmen und high werden, wenn du viermal so viel Cannabis nimmst, viermal mehr Cannabis als THC, dann wird man nicht high. Vielleicht werden wir in der Zukunft Medikamente haben, die so zusammengesetzt sind. Also es hilft gegen Entzündung, Schmerzen allgemein, Angstzustände, hohen Blutdruck, Nausea, Übelkeit, und Nerve Diseases. Neurologische Erkrankungen. Es ist ein extrem nützliches Medikament. Bipolar. Bipolar Störung. Bipolar Störung. Ich hatte einen Patienten mit der Diagnose, der jemanden umgebracht hat. Und ich habe Patienten mit der Diagnose, die Suizid begangen haben. Das ist nichts, womit man spaßen kann. Aber Cannabis hilft dagegen. Und die Ernährung hat auch einen positiven Einfluss darauf. Omega-3-Öle. Vitamin B. Magnesium. Wenn du das Leuten gibst mit mentalen Erkrankungen, die meisten von ihnen geht es sehr schnell besser. Aber die Antidepressiva? Ja. Antipsychosis, mental madness. Ah, okay. Aber Leute, die schwer erkrankt sind im psychischen Bereich, sollte man nicht von ihren Medikamenten wegnehmen, ohne eine ärztliche Rücksprache. Bipolar Störung. Schizophrenie zum Beispiel. So, but very, very useful muscle spasm. If someone has a spinal cord injury. Jemand, der eine Verletzung der Wirbelsäule hat. The muscles contract. Und wenn die Muskeln kontrahieren. Es hilft ihnen zu entspannen. Ja. Es macht einen großen Unterschied, ob jemand einen Arm so hat. Oder einen, der das da machen kann. Oder das da. Dann muss niemand mit ihnen auf die Toilette gehen und sie erhalten ihre Würde. Und sie können sich selber ernähren. Das macht einen unglaublichen Unterschied für die Familie. Und natürlich den Patienten selber auch. Ich liebe das. Ich liebe das. CBD ist fantastisch für Epilepsie. Cannabis ist auch unglaublich gut gegen Epilepsie. In den USA gab es ein Mädchen mit dem Namen Charlotte. Charlotte. Ein kleines Mädchen. Und sie hatte nicht heilbare Epilepsie. Die Medikamente, die die Epilepsie verhindern sollten, haben sie in ein Koma versetzt. Nur damit sie am Leben blieb, hatte sie 15 bis 20 Einheiten am Tag. Sie haben versucht zu operieren. Es hat nicht funktioniert. Sie haben ihr Cannabis gegeben und es hat sofort gestoppt. Ich habe das in meiner eigenen Praxis gesehen. Es ist einfach unglaublich.